Markus Grazinski, neun Tage Audi Schanzer Sommertour liegen hinter uns. Wie fällt deine Bilanz aus? Insgesamt sehr positiv. Wir sind sehr gut gestartet mit der Segeltour. Wir sind richtig schön reingekommen. Wir haben hier perfekte Bedingungen vorgefunden, ein perfekter Platz, auch vom Hotel her, mit gutem Essen, ein guter Standard. Und das Wichtigste ist, dass die Mannschaft sehr gut mitgezogen hat, dass wir wirklich hier top arbeiten konnten. Es wurden noch ein paar Testspiele absolviert. Wie zufrieden bist du mit den Eindrücken dort? Ja, teils teils. Das Auftreten war gut, auch gerade, wenn ich an Torino denke, an den letzten Test, glaube ich, hat man gesehen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Die Ergebnisse haben leider noch nicht so gestimmt. In der Konsequenz, in beiden 16ern, müssen wir einfach noch zulegen. Auch im Büro verhindern war das nicht konsequent genug und genauso, glaube ich, können wir vom Tor auch noch zulegen. Aber insgesamt haben die Jungs insgesamt richtig einen Schritt nach vorne gemacht. Mit Anthony Jung konnten wir hier einen Neuzugang im Trainingslager begrüßen. Wie zufrieden oder beziehungsweise wie sind deine ersten Eindrücke von ihm und was sind die Erwartungshaltungen an Anthony Jung? Ja, Anthony ist, obwohl er ja noch jung ist, mit 24 Jahren schon sehr erfahren, hat schon einiges auf dem Buckel. Er ist ein deutscher, talentierter Spieler, wo ich glaube, dass er auch noch Talent hat für mehr. Ich glaube, er ist noch längst nicht am Ende und deswegen passt er auch gut hier nach Ingolstadt. Er ist sehr gut angekommen, wurde, glaube ich, von der Mannschaft sehr positiv aufgenommen. Ein sehr talentierter Fußballer, das konnte man in den ersten Einheiten schon sehen. Und jetzt muss man daran arbeiten, dass die Bindung passt mit den anderen zusammen, dass man jeder weiß, wohin läuft. Das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren. Zum Ende des Trainingslagers habt ihr die beiden Kapitäne bestimmt und der Mannschaftsrat wurde gewählt. Welche Gedanken steckten dahinter, Marvin Martip und Roger Einhauters Vertrauen auszusprechen und wie zufrieden bist du mit dem Mannschaftsrat? Ja, die beiden Jungs, ich konnte mir ein Bild machen jetzt. Ich habe immer gesagt von Anfang an, ich will mir erst mal ein Bild machen. Und was ich gesehen habe, war gut, dass die beiden sich um die Mannschaft kümmern, dass sie Gehör finden, dass sie auch den Respekt von den anderen genießen. Und der Mannschaftsrat wurde dann komplettiert von der Mannschaft gewählt, weil das halt ein Mannschaftsrat ist und kein Trainerrat. Und das ist eine Wahl der Jungs. Und damit muss man dann zufrieden sein. Und ich glaube, spricht auch das wieder, was die Jungs in der letzten Zeit geleistet haben. Thomas Linke als FCI Sportdirektor war permanent hier mit dabei bei der Mannschaft. Auch Harald Gärtner als Geschäftsführer Sportkommunikation war ganz nah dran am Team. Wie ist da der Austausch und ist für die FCI Fans zu Hause noch etwas zu erwarten, was Transfers angeht? Ja, erstmal sehr schön, dass hier alle zusammen sind. Auch Peter Jagdwert kam gestern auch nochmal, um bei der Mannschaft dabei zu sein. Ich glaube, das spiegelt auch wieder, dass wir hier wirklich zusammenhalten. Auch der Austausch mit Harald und mit Thomas ist sehr eng. Natürlich im Trainingslager sieht man sich natürlich ganz oft ganz wichtig. Man lernt sich auch da nochmal genauer kennen und kann natürlich auch nochmal über alles reden. Und jeder weiß, dass wir noch auf der Suche sind. Ich glaube, damit haben wir dann auf jeden Fall eine Baustelle schließen können. Und wir sind aber weiter auf der Suche und hoffen natürlich, dass wir auch möglichst schnell da weiterkommen. Abschließend noch vielleicht ein Vorausblick, worauf wird es in den nächsten Tagen ankommen, bevor es dann in der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel geht? Ja, wie man so schön sagt, der Feinschliff. Ich konnte mir jetzt ein Bild machen von allen. Das heißt, jetzt kommt es natürlich in eine Phase, wo man die spielen lässt, die sich bisher durchgesetzt haben. Trotzdem ist es immer noch ein offener Kampf. Es bleibt auf vielen Positionen hart umkämpft. Und jetzt geht es darum, diese letzte Konsequenz zu kriegen. Im Sechzehner vorm Tor, das letzte Durchsetzungsvermögen. Das kommt mit der Frische und genauso im Verteidigen. Einfach zu wissen, wo sind die entscheidenden Momente im Fußball, wo sich Spiele entscheiden. Und da müssen wir noch einen Fokus drauf legen und auch noch daran arbeiten. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Danke sehr.